Musik 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 Und fünf Radio-Trausenitz-Hörer schießen den Elfmeter ihres Lebens gegen den großen FC Bayern. Die Julia Pickert hat sich beworben bei uns, wurde als erste Gewinnerin gezogen. Der nächste Schütze ist Samuel Mrasek, seit wie lange bist du schon FC Bayern-Fan? Seit ich mich gefahren bin. Und jetzt willst du in Sven einen reinhauen? Ja. Der nächste in der Reihe ist Max Priller. Und der Max nimmt Anlauf und? Jawohl, ganz aussehendig. Jawohl. Ulrich Bähler geht an den Elfmeterpunkt und schießt gleich den Elfmeter seines Lebens gegen Sven Ulreich vom FC Bayern München. Alle zu klein. Jawohl. Der fünfte Gewinner Michael Teufel. Und er hat sich nicht selbst beworben. Denn der Michael hat heute Geburtstag und seine Frau hat sich für ihn beworben und hat gesagt, das wäre doch eine wahnsinnige Geburtstagsüberraschung. Der Helfer deines Lebens. Sauber gemacht aber natürlich. Ein Sven Ulreich ist natürlich ein Profi. Es gibt noch mal die Faust von einem sehr sympathischen Sven Ulreich vom FC Bayern München. Das lassen Sie sich nicht nehmen. Da werden Sie noch mal quatschen. Jetzt vielen Dank an dich und vielen Dank an euch.